Hallo und herzlich willkommen zu einer Shop-Vorstellung. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das hier ein Shop, der etwas mit Kindern zu tun hat. Kann man, glaube ich, auch aus dem Namen erkennen. Zwergenmeile. Ja, und wir sehen hier jetzt auf jeden Fall schon mal einen Slider, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist ein Slider. Man sieht, hier gibt es scheinbar Kinderwagen-Spielzeuge und jetzt gucken wir hier einfach mal durch. Ah, Samsung. Oh, okay, Samsung Galaxy. Ah, Samsung Galaxy A ist hier. Samsung Galaxy S3, okay. Die scheinen auf jeden Fall gut zu sein. Für 199 Euro. Und hier, für 459, also wenn ich so überlege, was das jetzt hier in Medimax oder in irgendwelchen Läden hier kostet, bin ich echt der Meinung, dass das wirklich günstige Preise sind. Ja, haben ja auch noch Kaufen, Küche, Laden. Ah, Kinderküchen für Kinder. Ganz ehrlich. Ach, Regenschirme ist Regenschirme in der Küchenabteilung. Okay. Ja, ist ja egal. Ähm, wie ihr seht, ist auch wirklich gut bei Side-Test. Ähm, hier haben wir nochmal die Top-Angebote. Ja, das ist auf jeden Fall Top-Angebote. Werden sich überlegt, das sind mehr als 200 Euro weniger. Also, Puppen und Plüschtiere. Ja, scheinbar sind hier auch Puppen, Plüschtiere und Spielzeuge. Ah, so, das ist natürlich auch nicht schlecht hier. Babys mit besonderen Fähigkeiten. Steht es drin, das Set Interaktive Zwillinge von Famosa besteht aus zwei Puppen, um sich noch besser unterhalten zu können. Zwillinge agieren untereinander und auch mit dem Kind. Sie werden eifersüchtig, wenn man sich nur mit der einen Zwillinge, mit dem einen der Zwillinge beschäftigt. So, Zauberlöffel dient zur Aktivierung der beiden Puppen. Durch einen besonderen Mechanismus verleihen die Puppen ganz realistisch den Eindruck, als ob sie wirklich essen würden. Das Set besteht aus zwei Puppen, zwei Lätzchen, einem Teller und zwei Zauberlöffel. Aber für die ganzen Mädchen so hier in diesem Alter, ähm, bin ich der Meinung, ist das wirklich was sehr Gutes. Ist ja auch lustig, dass sie eifersüchtig werden können. Also 50 von 85 Euro ist eigentlich wirklich auch nicht schlecht. Ja, vier bis sieben Tage Lieferzeit ist eigentlich auch relativ schnell. Wenn man hier, Lego, Lego, das ist ja für die Jungs sehr, sehr interessant mittlerweile. Lego City ist so dieses beliebteste. Okay, da gibt's jetzt nur leider drei Sachen. Vielleicht kommen dort noch welche dazu. Polizeistation und Gefangenenpolizeistation. Gut, das ist jetzt relativ dasselbe. So, TV-Helden. Das klingt aber auch schön für die Jungs. Berühmte Aktiviere. Anakin Skywalker von Star Wars. Das Respekt, meine Wunden. Das ist natürlich richtig cool. So wie ich das hier erkennen kann, ich hab ja, ist ja nämlich so, als würde ich kein Star Wars gucken. Das ist das Training für die Padawane. Man sieht, dass er zwei Lichtschwerter hat. Und man sieht hier die Maschine, die fliegen kann. Äh, und Schüsse abfeuert, die er dann abwehren kann. Und hier ist seitlich den Helm, dass er das mit zu Augen machen kann. Oh, Pokémon Arena. Das ist ja auch nicht schlecht. Hier haben wir noch von den Avengers ein Flugzeug. Benten. Okay. Da haben wir Pokémon Attack Figur. Pokémon, Pokéball Twister. Okay, also ich muss sagen, hier gibt's echt viel Auswahl. Naboo von Naboo, den Royal Gorbs. Das ist auch nicht schlecht. Wenn's dort jetzt auch noch die Pappen dazu gibt, wär's cool. Ja, Power Ranger haben wir hier zum Beispiel auch in einigen verschiedenen Arten. Ah, Qui-Gon Gin. Das ist natürlich was, was sehr, sehr beliebt ist hier. Ein Qui-Gon Gin. Also ich mein, jeder, der sich da was bisschen auskennt, der weiß, dass Qui-Gon Gin mega cool ist. Ähm, dann sieht man hier Scooby-Doo, ein Haus. Das ist ja auch richtig schön. Dann sieht man hier Sammelfiguren von Pokémon. Hier die Rebellen-Pilot und... Queen... Queen Lanfoss. Okay, also mit dem hab ich mich jetzt nicht wirklich beschäftigt. Äh, ich hab alle Teile gesehen. Aber ich schätze mal, wenn man, wenn mich das auch nicht so wirklich interessiert, ich schätze mal, da kommt aus... Star Wars, die Clone Wars aus der zweiten Staffel. Da sind eigentlich die meisten Jedis, die es nie gab, im Waren, äh, mit dazugekommen. Ja, Laufräder haben wir hier, Kreativspieler haben wir hier. So, basteln und malen. Das ist eine ganze Menge, was hier so ist. Also für die kleinen Künstler unter den Kindern ist das hier, glaube ich, das Richtige. Dann Baby und Kleinkind. Ja, haben wir Babynahrung, Kinderzimmerausstattung, Mamaswelt, unterwegs und Outdoor, Windeln und Feuchttücher, Spielzeuge, Körperpflege, Kindermöbel und Agrissorfen. Ja, wenn man sich das jetzt noch anguckt, Spiele. Da haben wir Dino-Eye und für draußen, okay, sind also Brettspiele und für draußen Spiele, Konstruktionsspiele mit Teilbaukästen und Baukästen. Okay, haben wir also auch noch eine Menge. So, mal gucken, gibt's hier denn noch große, ordentlichen mehr? Was wir hier noch nicht wirklich angesprochen haben. Ja, Kindergeburtstag gibt's hier noch. Multimedia und Musik, dazu komme ich jetzt als letztes dann. Aber ich sehe gerade, Playmobil haben wir noch vergessen, auf jeden Fall Puzzle haben wir auch vergessen und ist nicht so wichtig, denke ich mal. Bauernhof, Feuerwehr, Dinosaurier und Bau haben wir hier. Es sind wirklich sehr schöne Sachen von Playmobil dabei. Wir haben zum Beispiel Bauernhof machen. Es sind auch wirklich sehr viele dabei. Und wenn man sich überlegt, 9,99 Euro für so eine Kälbchenaufzucht. Das ist wirklich günstig, weil ich meine, Playmobil hat durch seinen Namen, da bezahlt man oft eine Marke mit. Ist schon ganz schön teuer, aber hier für 9,99 Euro ist das echt günstig. So, mal gucken. Dann kommen wir hier bei Musikinstrumenten mal. Schlagzeug-Set-Deluxe mit Hocker. Okay, also das ist auf jeden Fall cool. Schlagzeug-Set mit Hocker. Mund-Amonika, Trommel, 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 Maracas, Schellenstab, Besinkertröten, Spechklopfer, Trommel, eine Gitarre. Okay, Trommel, Meeresrauschen, Psyllophon, Mund-Amonika, Kalimba, Miro-Drachen, Psyllophon mit Zwölftönen, Mini-Flötentiere, Küchenzauber, Psyllophon-Bär, Psyllophon-Fisch, Akkordeon-Klassik. Okay, Akkordeon-Multikolor, Psyllophon-Deluxe. Ja, und hier haben wir auch noch einige andere Sachen. Echt schön. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was heutzutage eigentlich das Allerwichtigste im Leben ist. Und ich war hier im Fernseher. Ja, gehen wir jetzt einfach mal, fangen wir an mit den... Ne, fangen wir mal von woanders an. Fangen wir mal von hier oben an. Apple-Produkte. Ja, hat man hier zum Beispiel ein iPod Nano. Ein Apple-iPad mit Retina-Display. Das ist natürlich auch schön. Ja gut, das Bild ist hier ein bisschen versch... Okay, das Bild ist extrem verstorben. Okay, tut mir leid. Also da... Ja, hier könnt ihr das ordentlich sehen, rechts. Aber... Ja, jedenfalls ist das ein iPad für 500 Euro aufgerundet. Das ist eigentlich auch günstig. iPod Shuffle 2 GB Grafit. Da sollte man sich mal überlegen, ob das was mit Shuffle-LP zu tun hat, denn das wäre auch nicht schlecht. Ähm, ja, fangen wir hier mal an mit CD... Äh, machen wir weiter mit CD und MP3-Player für Kinder. Ja, ein Barbie-Tragbarer CD-Player. Okay. Ein Hello Kitty MP4 2 GB MP3-Player. Äh, MP4-Player. Ein Premium-Kopfhörer von Hello Kitty. Die Tragbarer DVD-Player. Tragbarer... Tragbarer Media Player Monster High. Tragbarer Media Player Hello Kitty. Tragbarer DVD-Player von Monster High. Tragbarer DVD-Player von Cars. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, so... Okay, das dauert jetzt lange. Ähm, Fernseher für Kinder. Ja, haben wir einen LCD-Fernseher von Hello Kitty für anstatt 209 Euro für 179. Also ich muss sagen, ich hab das jetzt hier mal in dem Shop so ein bisschen verfolgt. Ist wirklich ein guter Shop. So, haben wir hier Campcorder mit Hello Kitty-Muster. Digitaler Fotoapparat. Eine digitale Kamera. Digitale Wings. E2i. Äh, Digitalkamera Wings mit E2i. V-Tech Kitty Zoom. Pro Blau. Pet Shop Apparellfoto. Hello Kitty. APN 5 MPX. Digitalkamera Set. Hello Kitty plus E2i. So, dann gucken wir mal bei den Samsung-Handys. Da waren wir vorhin schon mal. Haben wir hier einmal das Samsung Galaxy Ace. Das Samsung Galaxy S3. Samsung Galaxy S3 Mini Weiß. Samsung Galaxy S3 16 GB Weiß. Und das hier war blau. Äh, Belkin TPU Schützele made for Samsung für Galaxy S3. Ja. Ähm, und ich glaube eine Sache war noch, bin ich jetzt dran, ja doch, Tablets für Kinder. Ähm, Ingo Touch Tablet Hello Kitty 4 GB. Touch Tablet Monster High 4 GB. Ähm, ich muss sagen, also für Kinder auch Tablets ist sehr cool. Ich muss sagen, das unterscheidet, glaube ich, wie der Marke. Oder, nicht jetzt nur das, ja, ich glaube Marke. Aber wenn ich mir angucke, es sind beides eigentlich 4 GB iPads. Und da, der eine 119, der 119, ja, ist aber ja auch egal. Ja, hier sieht man nochmal im Überblick ein bisschen was. Sogar eine Facebook-Seite. Ähm, ich würde sagen, diese Facebook-Seite hier poste ich dann in der Videobeschreibung. Und den Shop allgemein poste ich auch in der Videobeschreibung. Und ja, Kontakt gibt's hier. Hier unten haben wir noch ein bisschen was. Und hier oben, ah ja, ein Zwergemeile-Block gibt's auch noch. Mal gucken, wie der so aussieht. Ui. Oh. Ah, das sieht ja was ließes aus hier mit Schneemännern. Ja, hier gibt's... Oh, die Simpsons. Simpsons hab ich eben irgendwie überhaupt gar nicht mitgekriegt. Hab ich aber auch nirgends gesehen. Gibt's die Simpsons noch, oder wie? Ja, hier kann man jedenfalls was Lustiges machen. Ja, Simpsons lädt hier grad nicht. Könnt ihr ja mal einfach eingeben. Oh, komm, das machen wir jetzt zusammen eben noch. Simpsons gibt's ja auch Suche. Äh. Gut, ne Suche gibt's hier jetzt scheinbar nicht. Das ist schade. Ah, hier darf ich ja... Simpsons. Na, 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 na. Na, 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 na. Gut, dann würde ich sagen, findet er hier doch nichts. Beziehungsweise lädt hier nichts. Liegt aber an meinem Internet. Man sieht ja hier, hat gerade fast gar kein Internet. Nur lokal und Internet. Ja, liegt also an meinem Internet, nicht am Shop. Und ich sage mal, das war's für diese Shop-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch den Shop mal in Ruhe an. Vielleicht gefällt euch ja was. Jetzt gerade kurz vor Weihnachten erst recht. Das ist ja mit Sicherheit dann auch hilfreich. Und ich würde sagen, ich habe, äh, ich würde sagen, ich melde mich dann später noch einmal. Und tschüss.